Ja, so meine lieben Freunde, jetzt völlig ungewohnt, gerade erst gespielt am Samstag und jetzt schon wieder ein Vorberichtsvideo, weil wir eine englische Woche haben und am Mittwoch zu Hause gegen Mainz 05 spielen. Dementsprechend jetzt hier mein Vorbericht, was sind die Stärken der Mainzer, auch wenn sie gerade auf Platz 18 in der Bundesliga sind, worauf muss man aufpassen, wie könnte Bo Svensson spielen, mit welchem Personal, wie könnten wir vor allem auch spielen, meine Wunschaufstellung und vorher geht es nochmal kurz ums letzte Wochenende, was hat unser Nachwuchs denn da so gemacht. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran, ich freue mich sehr heute, 21.30 Uhr, vielleicht bin ich 10 Minuten später da, 21.40 Uhr auf den Stream, habe richtig Bock, wenn Donnerstag das letzte Mal Stream war, kommt mir so mal vor, als ob ich zwei, drei Wochen nicht gestreamt habe, also ich freue mich sehr auf euch, seid gerne dabei, 21.30 Uhr circa auf Twitch in unserem Montags-Stream. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Kurze Info nochmal vorher, wenn ihr Bock habt, dass ich die Spiele tippen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare für die zweite Runde des DFB-Pokals, weil dann würde ich morgen Vormittag nochmal ein extra Video dazu machen, denn heute habe ich ein bisschen Zeitdruck und werde es jetzt nicht schaffen, da kommt es auf alle fünf bis zehn Minuten bei mir an. Ja, dann lasst uns beginnen mit dem Nachwuchs. Unsere U17 war sehr erfolgreich am Wochenende, hat beim Letztplatzierten, dem Aufsteiger Blumenthal, die bisher auch noch keinen Sieg einfahren konnten, das muss man dazu sagen, 8 zu 0 auswärts gewonnen. Also richtig starke Leistung, damit natürlich auch in der Tabelle wieder ein bisschen geklettert, jetzt auf Platz 4 in der B-Junioren-Bundesliga Nordost. Auf Platz 1 RB Leipzig mit 28 Punkten, auf Platz 2 Wolfsburg mit 25, allerdings mit 11 Spielen, genauso wie Werder Bremen auch 11 Spiele hat und 24 Punkte. Hertha auf Platz 4 nach 12 Spielen mit 23 Punkten, aber Tendenz positiv, wichtiges Ergebnis auch für Selbstbewusstsein. Glückwunsch da an unsere Mannen von der U17. Auch unsere U19 hat wieder gewonnen in der Bundesliga Nordost, was sehr, sehr schön ist und zwar mit 2 zu 0 beim HSV. Die Wolfsburger, die ja so unser ärgster Konkurrent derzeit oben sind, haben unentschieden gespielt, was ganz gut ist, denn die Wolfsburger haben ein Spiel weniger und können jetzt selbst mit dem Nachholspiel unsere U19-Mannschaften nicht überholen. Wir sind in der U19-Bundesliga Nordost auf Platz 1 mit 31 zu 8 Toren, 25 Punkte und Wolfsburg dahinter auf Platz 2 mit 20 Punkten. Im Fall eines Sieges im Nachholspiel hätten sie dann 23 Punkte, also weiterhin 2 weniger. Also unsere U19 ist wieder hoch im Kurs auf jeden Fall, das kann man sagen, 31 zu 8 Tore ist auch eine Hausnummer. insgesamt nur 2 Punkte liegen lassen, ansonsten alle Spiele gewonnen und die Torschützen waren Sherwood, der Innenverteidiger und Oliver Rölke. Unsere U23, die zweite Mannschaft, die hat ein bisschen Probleme, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, das ist jetzt das achte Spiel in Folge, was nicht gewonnen werden konnte. Am Wochenende gab es ja fast zeitgleich mit dem Spiel von uns gegen Paderborn. Das Auswärtsspiel bei Luckenwalde, die sich ungefähr da befinden, wo wir uns in der Tabelle befinden, das wurde leider auch mit 2 zu 0 verloren. Also Tendenz leider nicht so top nach dem fulminanten Saisonstart von Hertha 2. Allerdings muss man auch sagen, kommt es natürlich auch immer darauf an, wer denn dann spielen kann und wer vor allem auch aus der ersten Mannschaft zur Verfügung steht. Ich denke jetzt an Gechter oder an Derry Scherhand. Auf jeden Fall wurde das Spiel mit 2 zu 0 verloren. Gersbeck war wieder im Tor, Lukuki durfte auch spielen. Auf der Linksverteidigerposition in der Innenverteidigung, Marlon Morgenstern, der Silva. Rechts Verteidiger Toni Rölke, Abdullativ, Kesik und Wertmüller im Mittelfeld. Und vorne Maulida, Popp, der ja wieder dabei ist und auch ein tolles Talent ist. Und Wollschläger. Ja, in der Tabelle sieht es jetzt folgendermaßen aus. Nach den 8 Spielen, die nicht gewonnen wurden. Wir sind jetzt auf Platz 10, was erstmal im Mittelfeld der Tabelle ist. Mit 25 zu 24 Toren. Plus 1 Tore haben wir immerhin noch aufgrund des guten Saisonstarts. 15 Punkte. 7 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Vor Eilenburg auf Platz 15. Was allerdings dann schon näher dran ist als an den oberen Gefilden. Wo beispielsweise Babelsberg und Greifswald auf Platz 4 und 3 25 Punkte haben. Also 10 Punkte Vorsprung. Wird dann wohl doch eher wieder eine Saison. Entweder gegen den Abstieg oder im Mittelfeld der Tabelle. Aber es geht ja vorrangig auch erstmal darum, dass sich unsere Spieler entwickeln in der zweiten Mannschaft. Das ist ja erstmal das Entscheidende. Trotzdem schade. Weiter dranbleiben und dann wird das schon. So, dann kommen wir zum Spiel. Die Mainzer, kann man jetzt mittlerweile schon eigentlich sagen, katastrophalen Saisonstart in der Bundesliga. Ja, sie haben immer noch kein Spiel gewonnen. Jetzt am Freitag 2 zu 2 gespielt. Auswärts in Bochum, was schon so ein ganz, ganz wichtiges Spiel war. Sind jetzt mittlerweile bei drei Punkten durch drei Unentschieden auf Platz 18 mit 9 zu 24 Toren. Freitag, muss ich sagen, ich habe das Spiel ja komplett live gesehen. Ja, überhaupt nicht ins Spiel reingefunden. Erste Halbzeit total verpennt. Irgendwann hatte dann Bo Svensson so die Faxen dicke, dass er in der ersten Halbzeit schon zwei Spieler ausgewechselt hat. Das ist ja wirklich so ein bisschen ein Anzeichen auch dafür, wie unzufrieden er war, wenngleich er das heute auf der Pressekonferenz auch wieder relativiert hat und gesagt hat, es ging da vor allem um die taktische Umstellung. Hat dann eben auf Viererkette umgestellt, um mit dem Bochummann, mit der Dreierkette besser zurechtzukommen. Hat dann relativ früh Chor rausgenommen und auch Bell aus der Innenverteidigung und hat Lee und Kraus gebracht. Kraus ja später auch noch mit einem Tor erfolgreich, ganz, ganz spät. Erste Halbzeit kann ich mich noch erinnern. Das habe ich wirklich vorher noch nie gesehen. Also ich habe immer 0,03 oder sowas habe ich schon mal gesehen. Aber erster Halbzeit hatte Mainz 05 sage und schreibe bei Bochum, eine Mannschaft, die schon auf Augenhöhe sein sollte. 0 Expected Goals. 0,0 Expected Goals. In der zweiten Halbzeit sah es dann besser aus. Man konnte ja dann zwischenzeitlich auch den Ausgleich erzielen durch Schlotterbeck. Dann gab es nochmal eine Führung durch Schlotterbeck und dann ganz, ganz spät im Spiel. Kraus, 96. Minute noch mit dem 2-2. Wie viel Motivation das jetzt bringt, wird man sehen. Marco Richter war ja nicht mal im Kader, unser ehemaliger Spieler. Da will ich jetzt gar nichts jinxen oder sagen. Nicht, dass er dann, naja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall wurde er darauf in der Pressekonferenz angesprochen. Es soll wohl keinen expliziten Vorfall gegeben haben. Ich glaube, Bo Svensson ist auch einfach ein Trainer, der da total zu seiner Mannschaft steht und da nichts in der Öffentlichkeit austrägt. Könnte rein theoretisch sein, dass er wieder im Kader steht gegen uns. Hat fast schon so ein bisschen geklungen. Bo Svensson hat sich auch wieder total vor seine Mannschaft gestellt und hat gesagt, nee, das liegt nicht daran, dass die Jungs nicht wollten. Da fehlte Selbstvertrauen und auch die Taktik war vielleicht nicht richtig ausgewählt. Für gewöhnlich sind die Mainzer ja immer in 3-4-3 bzw. 3-4-2-1 unterwegs. Könnte also sein, dass sie das gegen Hertha umstellen. Aber da kommen wir später oder gleich bei den Aufstellungen noch dazu. Was kann man zu den Mainzern sagen? Ich habe sehr, sehr viele Spiele von ihnen gesehen. Losgegangen ist es mit dem Spiel gegen Union Berlin, was man 4-1 verloren hat. Wo man aber auch sagen muss, ja, da fehlte dann auch das Quäntchen Glück. Sie haben zwei Elfmeter verschossen und am Ende kriegen sie dann noch zwei Kontertore. Also das war nicht so eine klare Niederlage. Es gab Spiele wie gegen Bremen, wo sie überhaupt kein Land gesehen haben. Es gab das Spiel jetzt in Bochum, wo man sicherlich enttäuscht war, gerade über die erste Halbzeit der Mainzer. Andersrum muss man sagen, das hat Bo Svensson heute auch nochmal betont, in Bochum zu spielen ist sowieso immer unfassbar unangenehm. Also auch Dortmund hat da nicht gewonnen. Ich glaube Frankfurt auch nicht. Das ist nicht so einfach. Dennoch war die erste Halbzeit Mainzer ja komplett abgemeldet. Sie sind aber für mich weiterhin nicht so eine schlechte Mannschaft. Und für alle die, die jetzt immer, es gibt nicht viele, aber die sagen, naja, Mainz ist letzter, da müssten wir doch mithalten können. Also ich glaube schon, wir sehen ja, wie viele Probleme wir mit dem Kader selbst in der zweiten Liga haben. Und Mainz hat immer noch einen sehr starken Kader, wo es halt derzeit nicht so läuft, was halt auch wirklich viel mit Selbstvertrauen etc. zusammengehängt. Sie hatten auch viel Verletzungssorgen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir spielen da absolut auf Augenhöhe oder sind sogar besser als Mainz. Es ist aber trotzdem auch kein Spiel, wo ich sagen würde, da müssen wir uns gleich runterbuttern lassen und nur hinten reinstellen und können uns nichts trauen. Nee, in einem Pokal gibt es sowieso eigene Gesetze. Aber bitte unterschätzt mir die Mainzer auf gar keinen Fall. Dafür habe ich zu viele Spiele gesehen und auch gesehen, was sie eben gut können. Und was sie gut können, das ist immer noch dasselbe, wie auch im letzten Jahr, bloß nicht mehr ganz so erfolgreich und zielstrebig und selbstbewusst, nämlich ihre hohen Ballgewinne. Sie haben situativ sehr, sehr hohes Pressing und sind auch sehr robust und erobern sich dann auch früh, wenn der Gegner im Spielaufbau ist, gleich mal die Bälle. Und dann geht es normalerweise schnell. Sie sind in dieser Saison auch wieder, obwohl sie auf Platz 18 sind, Platz 5, was die Balleroberung oder was die hohen Balleroberung angeht in der Bundesliga. Das fühlt bisher aus ihrer Sicht zu selten zum Tor, aber das ist ja eine Sache, wo wir auch häufiger mal Probleme mit haben, nämlich im Spielaufbau viel zu leichtfertig die Bälle verlieren. Sie sind generell eine sehr, sehr bissige, zweikampfstarke Mannschaft. Meiste gewonnene, nominelle Zweikämpfe der Bundesliga. Sie gewinnen sehr, sehr viele Kopfballduelle, auch da. Die meisten gewonnenen Kopfballduelle nominell in der Bundesliga. Sie spielen sehr, sehr viele Fouls. Sie erinnern vielleicht auch ein bisschen an Nürnberg, weil sie haben eigentlich normalerweise auch die Technik für diese spielerische Komponente, aber sie sind eben trotzdem sehr, sehr intensiv in ihrer Spielweise normalerweise. Deswegen hatte mich das auch ein bisschen erschrocken, wie sie auswärts in Bochum aufgetreten sind. Viele Sprints, viele intensive Läufe. Also das wird für Hertha wirklich dann auch hart in dem Falle, denn wir sind es jetzt, glaube ich, nicht gewohnt mit drei Spielen in einer Woche oder drei Spiele in acht Tagen. Paldadai hat ja schon angekündigt, kommen wir gleich nochmal zu, dass er wahrscheinlich nicht wirklich rotieren wird. Also da müssen sie schon an ihre Grenzen gehen. Wir haben zuletzt Samstag gespielt, die Mainzer am Freitag. Vielleicht konditionellen oder regenerativen kleiner Vorteil für die Mainzer. Dennoch musst du in so ein Spiel natürlich alles reinhauen, was auch völlig klar ist. Bei den Mainzern, ein Vene wohl zurück im Training. Könnte auch sein, dass der im Kader ist, ähnlich wie Marco Richter. Ansonsten Burkhardt ist ja sowieso langzeit verletzt. Der wird wohl nicht dabei sein. Die Mainzer machen es leider nicht so, dass sie wie bei uns die liebe Vera Krings vorher ansagt, welche Spieler nicht mit dabei sind. Deswegen muss man da immer ein bisschen hören, was da so gefragt und gesagt wird. Also die Mainzer haben trotzdem ihre Stärken. Und wir haben ja gesehen, wie schwer es uns auch gegen giftige Mannschaften fällt. Anderes rum haben wir jetzt elf Spiele in der zweiten Liga bestritten und sollten langsam wissen, wie man denn mit intensiven Gegnern umgeht. Von Mainzer Seite werden wohl 1200 Auswärtsfans kommen. Zuschauererwartung liegt bei 30.000. Ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass ihr euch vielleicht noch spontan entscheidet. Ich meine, wir wünschen uns so oft Heimspiele im DFB-Pokal. So oft haben wir sie nicht, entweder weil wir früh rausfliegen oder weil wir dann nicht das Losglück haben. Dann lasst uns das doch zu einem unvergesslichen Pokalabend werden. Vielleicht hat ja der eine oder andere doch noch Lust zu kommen. 30.000 ist wahrscheinlich auch schon geschätzt oder ein bisschen aufgerundet. Also wäre schon schön, wenn da wenigstens nur drei vorne steht. Außerdem ist es ja oft so, wenn nicht ganz so viele kommen, dass wir dann total tolle Spiele hingelegt haben. Nicht, dass ihr dann am Ende sagt, ja, wir haben es verpasst, weil wir nicht beim Pokalabend dabei waren. Ja, bei uns natürlich jetzt nicht ein unfassbares Verletzten-Lazarett, aber es fehlen halt Spiele am zentralen Mittelfeld. Das muss man schon so klar sagen. Palco Dardai seit September verletzt, wird wohl erst zur Rückrunde wieder gesund. Und Benze mit einer Sprunggelenksverletzung, laut Bild wohl kein Bruch, aber fällt leider auch aus. Dem wünschen wir natürlich auch gute Genesung. Ibo Maser weiterhin verletzt und auch Dudziak. Also das sind ein, zwei, drei, vier Spieler, die im zentralen, offensiveren Mittelfeld agieren könnten. Das ist natürlich bitter und deswegen müssen wir gleich mal schauen, was es denn da so für Möglichkeiten für Pal Dardai gibt. Rochel fällt ebenso weiter aus. Also was hat Pal Dardai gesagt? Er hat gesagt, ja, rotieren wird ja wahrscheinlich nicht so viel. Wird schon die beste Elf aufstellen, weil es eben auch finanziell für uns wichtig ist. Nur mal so, ich habe mal rausgesucht. Laut sportschau.de kriegst du für den Einzug ins Achtelfinale 862.400 Euro Prämie, was ja für uns schon sehr, sehr viel Geld ist. Das ist so eine, also so viel Geld haben wir nicht mal für Tabakowitsche ausgegeben. Also für uns sehr, sehr, wer wirklich nicht unwichtig hinzukommt, wenn du dann noch ein Heimspiel zugelost bekommst, eventuelle Ticketeinnahmen. Also unwichtig ist es auf jeden Fall nicht. Glaube aber auch nicht, dass man davon ausgegangen ist vor der Saison, dass man bis ins Achtelfinale kommt. Meistens steht ja bei den Planungen, ich habe es dieses Jahr nicht gesehen, zumindest mal das Erreichen der zweiten Runde des DFB-Pokals. Aber gerade für so finanziell gebeutete Klubs, für uns ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da vielleicht auch mal Einkünfte erzielt, mit denen man nicht gerechnet hat. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, wie sieht es, was hat Pall Dardai noch so gesagt? Marton Dardai wird wohl wieder ins Mittelfeld rücken, hat er eigentlich schon angekündigt. Hat er auch angekündigt, dass eventuell er eine Mannschaft aufstellt, die taktisch vielleicht auch während des Spiels mal umstellen kann auf Dreierkette. Es ist halt relativ schwierig abzusehen, was Bo Svensson jetzt macht. Ob er jetzt mit Viererkette wieder geht oder mit der altbewährten Dreierkette, wie er es ja schon Ewigkeiten eigentlich dauerhaft spielt. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal an, wie könnten die Mainzer denn agieren und welche Spieler haben sie denn dann sonst noch so als Alternativen? Was sind vielleicht ihren Stärken? Was auf jeden Fall eine Schwäche ist von Mainz, und das hat man jetzt auch wieder gegen Bochum gesehen, sind Standards, Kopfballverteidigung bei Standards. Sowohl bei Ecken als auch bei Freistößen. Problem ist nur, da gibt es so eine interessante Statistik bei bundesliga.com, Problem ist nur unsere Gefahr nach Eckstößen oder auch nach Freistößen. Es gibt hier so eine Statistik, die listet auf, wie viele gefährliche Situationen ergeben sich denn aus Eckbällen. Und was ist da der Durchschnitt und wie performt man im Vergleich zum Durchschnitt der Liga? Bei Eckbällen, wo ja Fortuna unfassbar gefährlich ist, auch schon viele Tore erzielt hat, ich glaube fünf Standard-Tore ist härter auf Platz 15. 43 Prozent weniger Chancen kreieren wir als der Liga-Durchschnitt in der zweiten Liga. Bei Freistößen ist es noch schlimmer. Bei Freistößen ist es bei uns so, dass wir auf Platz 18 sind. Auch dort Fortuna Düsseldorf auf Platz 1. Also wir kreieren 66 Prozent Chancen weniger, als der Liga-Durchschnitt in der zweiten Liga ist. Ja, vielleicht einfach vorher nochmal Freistöße üben, vielleicht auch Elfmeter üben, ist vielleicht auch keine schlechte Sache, weil die Mainzer sind dort anfällig. Und immer zu sagen, das kann man leicht abstellen, ist einfacher gesagt als getan. Sie haben, glaube ich, schon vier oder fünf Gegentore nach Standards bekommen. Fünf, glaube ich, an der Zahl. Ähnlich auch wie bei Bayer Leverkusen. Ist ja eine super Mannschaft, hat auch einen super Innenverteidiger. Aber sie haben Probleme bei Standards zu verteidigen. Und sowas musst du ja dann eigentlich nutzen. Also vielleicht ein paar Extraschichten. Ich weiß nicht, mit wem. Neulich hat ja Kenny sogar die Standards geschossen. Zeugt ja auch davon, dass man sich damit beschäftigt und mal was anderes probieren will. Da muss mehr Effektivität rein. Und das könnte ein Schlüssel sein gegen intensive Mainzer, die vielleicht auch gar nicht so viel zulassen. Vielleicht trotzdem zum Erfolg zu kommen, auch als Underdog. Ist ja generell immer sehr, sehr wichtig als Underdog, dann eben Standardsituationen dann auch auszunutzen. Ja, gehen wir mal rein. In die Aufstellungen, die möglich wären, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe hier total viele verschiedene Aufstellungen, sowohl bei den Mainzern als auch bei uns. Das ist jetzt hier erst mal die Startaufstellung vom Spiel gegen Bochum. Und das ist auch so, wie die Mainzer oft spielen. Ja, drei, vier, zwei, eins. Dreierkette aus drei Innenverteidigern. Meistens dann Leitsch, Bell und Berg. Berg auch ein sehr, sehr schneller Innenverteidiger im Übrigen. Der könnte sich dann unter anderem bei uns auf der linken Seite mit Rehse beschäftigen, weil der wirklich ein gutes Tempo mitbringt. Bell sehr, sehr erfahren, sehr, sehr kopfballstark, auch nach vorne. Das ist eigentlich auch witzig, dass sie die meisten Kopfball-Duelle gewinnen, aber trotzdem standardanfällig sind. Leitsch auf der linken Innenverteidigerposition. Kassi, den kennen wir, der hat, glaube ich, gegen uns auch schon getroffen. Ist immer wieder mal gut, dringt immer mal wieder über außen in den Strafraum rein, gerade auf der Schienenposition und hat einen guten Abschluss. Kors, auch der ein sehr, sehr schneller Spieler, auch wenn man das mal gar nicht denkt, ist, glaube ich, derzeit sogar der schnellste Spieler bei den Mainzern, erreicht nicht selten auch die 35 kmh. Barrero, rechts Danila Costa. Mainz ist jetzt keine Mannschaft, die unfassbar viele Flanken schlägt, aber sie können, sie schlagen, gerade wenn sie mit Unisivo und Ajoq da vorne sind. Und Costa ist ein guter Flankengeber, wenn er mal ein bisschen Platz hat. Also dem sollte man auch nicht zu viel Freiraum gewähren, gerade wenn er auf der Seite von Karbovnik spielt. Unisivo, Ajoq, den kennen wir ja wohl auch noch alle, der für gewöhnlichen fantastische Stürmer ist, mit toller Technik, tollem Abschluss und vor allem auch super Bälle festmachen kann. Aber seit er angefangen hat, da die beiden Elfmeter zu verschießen, auch gefühlt in einem Loch ist, heißt aber nicht, dass er gegen uns nicht performen kann. Unisivo kommt derzeit auch nicht an seine Form der letzten Saison ran, wo er wirklich unfassbar stark teilweise war. Und dann ein Spieler, der derzeit absolut herausstricht, letztes Jahr U19 Bundesliga gewonnen, mit den Mainzern ist Brian Gruder. Und der kann sehr, sehr viel, wurde gegen Bochum gut ausgeschaltet von dem Bochummann. Und das müssen wir auch probieren. Wir müssen ihm die Spielvorhörige nehmen. Er ist relativ häufig eine Anspielstation, ob jetzt rechts oder links, hinter den Spitzen, parallel zum Strafraum, bringt eine super Technik mit, ist super emsig auch, hat einen super Distanzschuss, hat man unter anderem gesehen gegen Gladbach, wo er wirklich ein Traumtor erzielt hat, hat auch einen Pfostenschuss, glaube ich, gehabt gegen die Bayern. Also das ist ein riesiges Talent, ist mir direkt auch aufgefallen bei Mainz gegen Union nach der Einwechslung. Also das ist ein absoluter Unruheherd. Und du hast diese jugendliche Unbeschwertheit irgendwie noch bei ihm, sodass er sich bisher noch nicht ganz so anstecken lässt, von vielleicht der Verunsicherung, die die Mainzer, die schon länger dabei sind, mit reinbringen. Ja, das könnte so eine Aufstellung sein. Ich glaube aber eher, dass er umstellen könnte. Kommt natürlich auch darauf an, was er bei Hertha antizipiert. In diesem Spiel wird es wirklich mal auf Ingame-Coaching ankommen. Bochum Wenson ist eigentlich ein super Taktiker oder ein guter Taktiker. Bin mal gespannt, ob er dann auch was anpasst, ob wir mal im Spiel was anpassen, weil das ist mir in letzter Zeit ja deutlich zu kurz gekommen. Sie könnten natürlich auch mit einer Viererkette agieren. So wie nach der Einwechslung quasi in der ersten Halbzeit, jetzt mit anderem Personal, aber das würde ja auch gehen. Kassi links, Kosta rechts, Sepp Vandenberg und Leitsch in der Innenverteidigung oder Bell und Vandenberg. Giavugi eingewechselt worden, wurde ja nachträglich noch verpflichtet, bringt sehr viel Erfahrung mit, könnte zum Beispiel im Zentrum davor spielen und in den Spielaufbau immer mit reinrücken. Kraus ist vielleicht ein Startelfkandidat, hat kein schlechtes Spiel gemacht, das wichtige Tor erzieht. Vielleicht will man das mitnehmen, dass er diesen positiven Effekt da mit dabei hat. Barrero könnten dann spielen und Lee und Gruda vielleicht hinter so einem Wandspieler wie Onisivo. Muss ja nicht zwangsläufig Ajok sein. Könnte auch Onisivo im Zentrum spielen und dahinter Lee, der übrigens auch sehr kopfballstark ist, obwohl er gar nicht so groß ist. Er zieht ja öfter mal Kopfballtore und ist natürlich technisch auch ein guter. Und Lee ist auch einer, der im Verbund gut beim Pressing ist und da sehr, sehr motiviert immer rangeht. Also auch das wäre hier eine Möglichkeit. Natürlich könnte auch ein Barkok, der immer wieder mal eingewechselt wird, der Ex-Frankfurter, könnte auch ebenfalls von Anfang an spielen. Also da gibt es schon einige Alternativen, auch ein Fernandes. Ich bin gespannt, wie er es am Ende spielt, ob es dann so ein 4-3-3 wird, ob es ein 4-3-4-2-1 wird, so rum und wie es dann auch realtaktisch auf dem Platz aussieht. Aber da gibt es einige Spieler, die, wenn sie jetzt in der zweiten Liga spielen würden, als absolute Top-Spieler gelten würden. Deswegen braucht man sich da keiner, braucht man sich nicht täuschen lassen, dass wir da gegen eine Mannschaft spielen, keine Ahnung hat. Aber wir müssen ja trotzdem uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir haben jetzt gerade ein Erfolgserlebnis hinter uns. Die Mainzer haben nicht wirkliche Erfolgserlebnisse, außer vielleicht das späte 2-2 gegen Bochum. Sie haben einen Pflichtspiel-Sieg eingefahren und der war im Pokal in der ersten Runde. Also wenn du da vielleicht auch mal ein frühes Tor schießt, aus Herters Sicht, kann das vielleicht auch ein bisschen was Negatives auswirken, auch wenn die Mainzer natürlich auch zurückgekommen sind. Wir haben ja generell jetzt auch nicht die besten Spiele immer gegen Mainz geliefert in den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Ich erinnere mich unter anderem an dieses 1-2-2, wo wir dann noch in die Relegationen mussten. Ist egal, ist Vergangenheit, es geht um jetzt. Superspieler dabei, aber keine Mannschaft, die unschlagbar ist, auch für uns nicht im Pokal. In so einer Nacht kann alles passieren. Dennoch wird Hertha damit klarkommen müssen und sich damit auch arrangieren. Nicht wie gegen Nürnberg, dass es eine sehr, sehr intensive Mannschaft ist, sowohl von Zweikämpfen als auch von unfairen Zweikämpfen in Form von Fouls. Wie könnten wir denn spielen? Was macht denn Pal Dardai wahrscheinlich? Also wenn er sagt, er rotiert nicht und stellt Marton wieder ins Mittelfeld, dann gehe ich mal davon aus, dass es wieder dieses 4-4-2 wird, wovon ich eigentlich gar kein Freund bin. Links Karbovnik gibt es ja als Alternative eigentlich nur Lukuki oder Straßner. Ich glaube, ich komme beide nicht in Frage. Kempf und Leistner werden dann wohl spielen, die ja beide am Wochenende gesperrt sind. Ich hatte auch erst überlegt, naja, vielleicht überlegt er sich ja, dass er doch schon mal mit einer Innenverteidigung agiert, die sich einspielen soll. Am Wochenende hat er aber verneint. Kenny rechts wahrscheinlich. Das wäre auch so eine Aufstellung, wo er, wenn er sagt, er möchte vielleicht auch mal im Spiel die Möglichkeit haben, umzustellen, umstellen könnte. Er könnte nämlich daraus einfach die Dreierkette formen, so dass Kenny, Kempf, Leistner die Dreier-Innenverteidigung bilden. Dann könnte man Karbovnik im Spiel rüberziehen und Reze macht links die Schiene zum Beispiel. Wobei mir Karbovnik da auch in einer tiefen Absicherung einfach bisher überhaupt nicht gefällt. Ich würde ihn weiter hochziehen, um seine Stärken mehr zum Vorschein zu bringen, nämlich das Spiel mit dem Ball. Wahrscheinlich dann wieder Marthorn neben Buchalakis. Gehe ich jetzt mal davon aus, wenn er sagt, Marthorn, wohl er wieder ins Mittelfeld, wenn er jetzt nicht gerade eine Finte gemacht hat, was er ja eigentlich selten macht. Buchalakis wird er wohl auch kaum rausnehmen, wenngleich der mir die letzten Spiele überhaupt nicht gut gefallen hat. Links Reze wird gesetzt sein. Rechts könnte es eventuell sein, wenn er gegen die linke Seite, wer auch immer dann dort spielt, unter anderem Cassie, ein bisschen was entgegensetzen will, schon ganz, ganz früh in der gegnerischen Hälfte, dann könnte es natürlich wieder diese Kenny-Seefolk-Seite werden. Seefolk hat auch auf der Sechs kein schlechtes Spiel gemacht, wurde ja dann ausgewechselt, weil er sonst wahrscheinlich auch Gelb-Rot bekommen hätte. Also Seefolk, Kenny wäre eine Möglichkeit, wie in Gelsenkirchen. Previak und Tabakovic, ja, ein bisschen fehlen jetzt die Alternativen, deswegen glaube ich nicht, dass er da was ändern wird, auch wenn Previak jetzt total blass geblieben ist und mir da absolut die Bindung im Mittelfeld fehlt und ich das auf gar keinen Fall so begrüßen würde, glaube ich, dass es so passieren könnte, aufgrund der mangelnden Alternativen derzeit, ja, also aus Sicht von Paul Dardai. Aber Previak ist ja auch immer einer, der schlitzohrig ist und immer für ein Tor gut ist. Also vielleicht reicht es ja auch für so ein Spiel. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir die Mannschaft sein werden, die hier absolutes Spiel machen. Paul hat ja in der PK auch gesagt, wir sind jetzt gewohnt, immer die Gejagten zu sein. Jede Mannschaft spielt gegen uns, wie in einem Pokalspiel, weil wir halt für die zweite Liga ein großer Klub sind, ein Absteiger. Und jetzt müssen wir mal diejenigen sein, die gegen Mainz so spielen. Also kann es auch durchaus sein, dass wir da wirklich viel auf Konter setzen und erstmal defensive Stabilität wollen und deswegen wahrscheinlich auch mit Winkler und auf der rechten Seite agieren, der unser schnellster Spieler derzeit ist. Er ist ja schon auf 36 kmh bekommen im Vollsprint. Ja, aber so zufrieden wäre ich mit der Aufstellung nicht. Jetzt ist die Frage, was kann man denn machen bei den ganzen Verletzten? Man könnte es natürlich auf eine Dreierkette setzen. Mit Marton Dardai links, der mir in der Innenverteidigung gleich wieder viel besser gefallen hat, sogar in einer Viererkette. Eigentlich sehe ich ihn aber am besten, wo er auch bisher seine beste Zeit von der Konstanz her bei uns hatte, auf der linken Innenverteidigerposition. Mitte wäre dann Kempf. Den kannst du ja schlecht rechts spielen lassen als Linksfuß. Also geht auch, aber glaube ich nicht, dass er das macht. Leistung er dann rechter Innenverteidiger. Und dann könntest du halt links Reze Schiene spielen lassen. Ja, habe ich ja letztes Mal schon vorgeschlagen. Rechts Seevolk dann, weil Kenny kein Schienenspieler ist. Reze hat, ja, du beraubst ihm vielleicht so ein bisschen der Offensivqualitäten und er hat bisher, das hat ja auch Paldadai bemängelt, offensiv unfassbar viel für uns geleistet. Defensiv fehlt es an einigem noch bisher. Was aber auch ein bisschen seiner Position in der Viererkette auf dem Flügel geschuldet ist. Jetzt müsste er noch mehr mit nach hinten arbeiten, damit das funktioniert. Aber er hat es schon häufig so gespielt, auch bei Holstein Kiel. Also er müsste die Position kennen. Dann könnte man nämlich Buchalakis auf der Sechs lassen, der dann wirklich defensiv orientierter Staubsauger-Sechser ist, der auch mal die Bälle verteilen kann. Karbovnik höher rücken auf so eine Art Achterposition, wo ich ihn mir durchaus vorstellen kann. Hat er sogar schon im Profibereich auch gespielt. Weil seine Stärken liegen nicht im Eins gegen Eins, gegen den Ball oder in einer tiefen Absicherung, in einer Konterabsicherung. Seine Stärken liegen ganz klar in der Kreation von Chancen. Und deswegen würde ich ihn da gerne mal sehen, erst recht jetzt, wo wir so eine Riesenlücke haben und Bilal Hüsse ihn ja anscheinend laut Pal noch nicht so weit ist, als dass er uns helfen könnte von Anfang an vor allem. Und er ist recht wahrscheinlich dann nicht in einem Spiel gegen so eine körperliche Mannschaft wie die Mainzer. Es wird ja dann umso schwerer, dass er da dann performt. Also das wäre natürlich nochmal eine Alternative. Clemens könnte man auch daneben setzen, der für meine Begriffe auch gut ist mit Ball. Aber dann vielleicht auch nicht so diese, ja dann auch vielleicht schwieriger für ihn, was ja gar kein Vorwurf ist, mal eine Eins-gegen-eins-Situation durch eine Körpertäuschung aufzulösen. Das ist dann doch vielleicht eher der kleinere, wendigere Karbovnik. Und dann könnte man ja mit so zwei Halbraumspielern spielen, weil wir haben ja keine zentralen Mittelfeldspieler mehr. Scherhand und Winkler, die viel Tempo mitbringen. Scherhand so auf einer Halbraumposition würde ich sowieso gerne mal sehen. Und da vorne drin dann Tabakovic. Also das könnte ich mir vorstellen. Bauchschmerzen hätte ich ehrlicherweise ein bisschen hier auf der Seite, Ups, Fall wollte ich gar nicht machen. Hier diese Seite, weil Reze bisher noch nicht so gezeigt hat, wie er defensiv uns auch helfen kann. Und auch Karbovnik da ein bisschen fehlt. Und dann könnte es halt sein, dass Burralakis hier allein ist. Aber dafür hättest du ja dann die Dreier-Innenverteidigung. Also von daher könnte man es zumindest mal so ausprobieren. Ja, also das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Würde ich mir wünschen, glaube ich, aber ehrlich gesagt nicht, dass er es macht. Also man braucht jetzt aber auch nicht immer so tun, als ob Profis nicht umstellen könnten auf Dreierkette, nur weil jetzt wenig Tage dazwischen sind oder dass man sowas nicht ausprobieren sollte. Man sieht es ja an Mainz. Du musst auch in der Lage sein, selbst wenn du ein System die ganze Zeit spielst, sich auf den Gegner anzupassen. Und ja, ich würde es gerne mal so ausprobieren. Du hättest auf der rechten Seite mit Seevolk auch noch einen etwas defensiver orientierten vielleicht, der auch eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt. Also wir hätten viel Geschwindigkeit auf dem Feld. Reze, Seevolk, Scherhand, Winkler bringen alle ein gutes Tempo mit. Ist vielleicht ein ganz guter Ausgleich. Eigentlich ja ein guter Passspieler in Form von Bucher Larkes. Eigentlich, auch wenn er es die letzten Wochen nicht so gezeigt hat. Einen abschlussstarken Spieler mit Tabakovic und hinten eine Dreierendverteidigung. Also würde mir erstmal ganz gut gefallen, aber Pal Dardai weiß natürlich besser, wer in Form ist und was auch passen kann. Aber mir persönlich würde es ganz gut gefallen, glaube ich, auch wenn man am Wochenende dann wieder komplett umstellen muss. Was kann man noch machen, wenn man jetzt in der Viererkette bleiben will? Bleibt einem kaum was übrig, wenn man Karbovnik ins Mittelfeld ziehen will, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir mit Loko Kee spielen. Wäre aber auch eine Möglichkeit. Das ist ein Ex-Klub. Kann man mal vielleicht auch mit reinwerfen. Hat ja bisher nur 45 Minuten für die erste Mannschaft gespielt. Man könnte allerdings auch mit Seevolk links spielen. Hat er auch schon häufig gemacht. Seevolk links, Kenny rechts, Kämpf und leisten an der Mitte. Dann vielleicht mal mit Clemens und Bucher Larkes probieren. Hätte ich mir sowieso gewünscht. In der Form, dass du dann mit Karbovnik als Achter ja einen hast, der ganz offensiv denkt und dann eine Absicherung dahinter hast. Mit zwei, die eigentlich auch mal mit einem nach vorne gerichteten Pass, mit einem Vertikalpass ihn in Szene setzen können. Und Karbovnik dann so als Bindeglied zwischen Tabakovic und Bucher Larkes und Clemens. Reze und Winkler links und rechts natürlich und Tabakovic vorne drin. Ihr seht jetzt bei mir hier nirgendwo Previak, weil ich eigentlich nicht mit zwei Stürmern spielen wollen würde. Und er für mich maximal eine hängende Spitze ist, aber kein Verbindungsspieler. Man könnte rein theoretisch hier noch überlegen, ob man vielleicht Winkler und Previak macht. Auch das wäre eine Möglichkeit. Aber ja, es fällt mir im Moment schwer, da Previak mit einzubauen, solange wir da keinen richtigen Zehner haben. Also das wäre für mich auch eine Möglichkeit. Ich glaube auch, dass Karbovnik eine Achterposition bekleiden kann. Wenn er die defensive Absicherung hat, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er da, auch wenn er das nicht oft gemacht hat, aber dass er da wichtig für uns werden kann. Auf jeden Fall, ja, Martin und Buralac sehe ich als nicht so gelungene Kombo. Hier könntest du es natürlich machen, wenn die sich beide nur auf den Defensivbereich konzentrieren müssen, Seevolk öfter mal einschiebt im Spielaufbau. Also ganz zufrieden, also mit der Viererkette werde ich irgendwie nicht zufrieden bei den Ausfällen, die wir derzeit im Zentralen Mittelfeld haben. Deswegen würde ich es so spielen. Ihr könnt ja mal eure Wunschaufstellung in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet, was ihr glaubt, wie Paldadei spielt und euren Tipp. Denn mein Tipp, ja, was tippe ich denn im Pokal? Ich tippe, ich weiß nicht warum, ich habe ein gutes Gefühl, ich tippe, dass wir weiterkommen. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, ob es im Elfmeterschießen ist, ob es in der Verlängerung ist oder in den regulären 90 Minuten, aber ich tippe jetzt einfach mal, dass wir mit einem Torunterschied weiterkommen. Elfmeterschießen muss ich eigentlich nicht unbedingt haben. Ich sage, in der Verlängerung 2-1 gewinnen wir und das durch ein Standard-Tor, auch wenn man es kaum zu glauben vermag. Gerne mal euren Tipp in die Kommentare, vielleicht sieht man sich ja am Mittwoch im Stadion. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Hau he, schönen Wochenstart und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.